Hendrik Zartner, 16 Jahre Springreiter. Bei den Aachen Jumping Youngsters zu starten ist für mich eine sehr große Ehre, da ich damals schon als kleiner Junge auch ein Jahr mit meinem Bruder zusammen dort schon bei der Fürsügeklasse gestartet bin und dadurch haben wir einen guten Bezug dazu, zu dem Turnier. Wir wohnen fünf Minuten von der Söhrs entfernt und für mich ist es eine riesengroße Freude dort dieses Jahr auch mal selbst an den Start zu gehen im Springsport. Ich begleite Hendrik jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr und finde, dass Pferde und Reiter eine super Entwicklung genommen haben und jetzt schauen wir mal, wo ihm die Reiter noch geht. Das Reiten wollten wir sozusagen in die Wien gelegt und meine Eltern sind beide bis zur schweren Klasse geritten im Spring und in der Dressur und mit zwei habe ich dann das erste Pony, den Shetland Pony, Samson hieß der, von meinem Opa zu Nikolaus geschenkt bekommen und dann ein paar Jahre später habe ich dann das erste größere Pony bekommen, ein Endmars Pony, das hieß Lollipop und mit meinem Pferd, das ich jetzt reite, den Plyroi, habe ich von dem kleinen Anfang vom Springleitwettbewerb bis heute L-Niveau, habe ich mich hochgearbeitet. Mein Opa hat mein Pferd selbst gezogen und mit dem werde ich auch bei den Aachen Jumping Young Stars starten. Super ist für uns hier, dass wir direkt am Feld sind, wir können schnell, wenn wir geritten haben, nochmal schnell eine Runde ins Feld, Schritt gehen oder auch mal so ausbreiten, gehen auf den Stoppelfeldern, im Sommer können wir mal richtig Gas geben mit unseren Pferden und das macht einfach Spaß, wenn man direkt alles am Stall hat. weiter hoch wieder jetzt